So, Harry Hurt, ich sage guten Morgen, heute am 9. Oktober 2017. Wir haben jetzt um 8.55 Uhr 24 Grad, kein Wind, keine Wellen, keine Wolken. Ja, und wenn Sie auch mal hier leben möchten, mieten kaufen www.check7x24.com. Vielen Dank. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns und wünschen einen schönen Tag.